Hallo zusammen, Ai Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Genialität der Lämmlern, anzunehmen bei Terrasal, in Fall Draken, an dieser Position. So, und nun geht es in diese Richtung, mal schauen wohin genau. Weiter, und hier geht es nach unten. Hier hin müssen wir. Quest ist abzugeben, bei Krasik Blickfinger, in Fall Draken, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.